Sieben Parks liegen zwischen Dessau und Würlitz und bilden zusammen mit dem Biosphärenreservat Mittelelbe das Dessau-Würlitzer Gartenreich, welches im Jahr 2000 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurde. Das Georgium mitten in Dessau ist neben den Würlitzer Anlagen der kunsthistorisch bedeutendste Landschaftspark englischen Stils im Gartenreich. Benannt wurde der Park nach seinem Gründer, Prinz Johann Georg, dem jüngeren Bruder des Fürsten Franz. Zum diesjährigen Gartenreich-Tag gab es hier viel zu entdecken und Unterhaltung für Groß und Klein. Aus Blumen und Gräsern entstanden hier echte Unikate. Mit den Fensterbildern konnte sich jeder sein Stück Gartenreich in die eigenen vier Wände holen. Kreativität wurde auch im Blumenwasenhaus groß geschrieben. Ohne Vorgabe konnte hier zum Pinsel gegriffen werden. Mit Bleistift und Papier entstehen die Werke von Pia Linz, die unter dem Titel Park und Blickfeld seit Samstag im Fremdenhaus ausgestellt werden. Linz hat eine eigene Bildkonzeption entwickelt, um Orte in ihrer Ganzheit zu erfassen. Da ist mir natürlich ein großes Problem die zweidimensionale Bildfläche, für die ich praktisch wie so eine eigene formale Lösung finden muss. Also wie bringe ich jetzt diesen drei- oder vierdimensionalen Erlebnisraum, wie bringe ich den in die zweidimensionale Bildfläche. Genau, und so kam ich auf die Idee, eben so eine Art Karte zu entwickeln. Und diese Karte entwickle ich meistens anhand meiner Fußschrittvermessungen. Auf den ersten Blick wirken ihre Arbeiten wie Ansichten aus der Vogelperspektive. Erst bei näherer Betrachtung erscheinen Gebäude und Pflanzen in unendlich vielen Fußgängerperspektiven. Dabei verarbeitet die Künstlerin aber auch Eindrücke aus ihrer Umgebung und hält diese ebenfalls auf ihren Bildern fest. Also manchmal sind die Beschreibungen ganz nüchtern, manchmal handelt es sich praktisch um Nachahmung von Geräuschen, die ich versuche praktisch mit Schrift nachzuahmen. Und manchmal sind das aber auch poetische Übertreibungen oder Unterstellungen auch. Also ich betrachte zum Beispiel Leute und das geht uns ja allen so, dass wir irgendwas hineininterpretieren, auch in irgendeine Szene, die wir beobachten. Und dann löst sich durch irgendwas wieder die Szene auf und es wird klar, dass ich ja was völlig anderes oder völlig falsches in diese Menschen hineininterpretiert habe. Und das kann man eigentlich alles in meinen Zeichnungen auch entdecken. Noch bis zum 15.11. können die Bilder von Pia Linz, die unter anderem im Georgium entstanden sind, immer sonntags in Augenschein genommen werden. Ein Besuch im Georgium lohnt sich aber jederzeit, gibt es jedoch täglich so viel zu entdecken.